Was machen wir mit Piratenschniedeln, stark beharrten Piratenschniedeln, riesigen, buschigen Piratenschniedeln, jeden Tag rasieren, sandweiche Piratenschniedeln, nie erigierte Piratenschniedeln, immer spritzbereiter Piratenschniedeln, rasieren wir jeden Morgen. Danke. Kreis hat sich extra gewünscht, dass ich es genau so betone. Er hat gesagt, bitte kannst du das mal so betonen, das wäre nämlich eine schöne Einleitung fürs Projekt. Da habe ich gesagt, alles klar Kreis. Ich wollte heute... Für dich, für dich mache ich alles. Boah, da steht doch was. Da steht 7, 6, 5, Hold 3. Warte mal, was ist denn? Dreaming on the Sea kannst du da spielen. Naja, das klingt aber nicht so gut. Klingt irgendwie merkwürdig, habe ich auch schon gespielt. Nach mir so, ist das so? Pingpong, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Sie ist kein Brot, sie ist kein Brot. Spiel unser Lied nochmal. Pingpong, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Oh, Vögel! Okay, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Drauf geschissen. Ich verscheu ich sie mit meinem Speer. Was machst du da hinten, Alter? Drauf geschissen. Wo ist das Drecksvieh? Da, in den Palmen. Es fliegt davon. Steh ab, Vogel. Ja! Was ist los? Die Vögel, sie schießen auf uns. Alter. Ich habe den Vogel runtergeschossen, er ist tot. Alter. Die Mutter ist die. Ey, ohne Scheiß, was ist los mit dir? Larry ist traurig. Guck mal hier, abgeknallt. Plötzlich Fortnite. Alter. Kann ich auch Larry erschießen? Nein, ey! Auf einmal hängt da ein Larry, ne? Auf einmal hängt da ein Larry. Das haben sie nicht verdient. Er ist so, wir können von mir aus ersaufen die Drecksviecher und dann, nein, bitte nicht, mein Larry. Wir haben gestern so ein schönes Candlelight-Dinner gehabt. Wir hatten magische Stunden. Ich bin Pazifist, ey. Larry hat mir sein Pupol gezeigt. Das war so schön. Ich bin Pazifist, ich streichel ihn so lange, bis er an der Stelle kein Fell mehr isst. Ja. Guck mal, hier liegt ein Ei, Mr. Pazzi. Mr. Honig. Ich sammle gerade Honig. Der Mr. Honig. Mr. Radar. Das ist unser Mr. Honig. Der macht die... Okay, ich habe hier noch ein Beet. Aber wir müssen das ja erweitern. Ich habe noch super viel rohen Fisch in der Tasche. Warum eigentlich? Achso, den hatte ich eingesammelt. Ist das so gut? Ja. Eigentlich bin ich seit mehreren Episoden nur dabei, Fisch herzustellen, damit wir Essen haben. Das sieht doch so gut aus. Und du gehst einfach nur an den Kühlschrank und bedienst dich. Na ja, klar. Einer muss es ja machen. Guck mal, hier schön von der Solaranlage. Zack, eine volle Batterie. Einer muss es ja essen, ne? Ja, einer muss es ja essen. Guck mal, du machst die Sachen mit Liebe, oder? Ja. Und siehst du, ich esse es. Mit Robo-Liebe. Mit Robo-Liebe. Ist auch eine Form von Liebe. Was ist das für ein Geräusch? Hier hört sich an, als würde jemand hier was aus einem Strohhalm saugen. Wenn mir irgendjemand dumm kommt. Alter, Emden. Ich bin direkt erschossen. Hier, weißt du, Karlsson vom Dach mit seiner AR-15, oder was ist das? Hier mit meiner... Boah, was war denn das? Ich bin eben gerade voll weggedriftet. Ja, eben so ein... Drift. Mit meiner Ska. Ich spiele Fortnite. Ich bin ein cooles Kid. Für mich war es gar immer nur eine Musikrichtung. Alle Spieler müssen schlafen. Ach so, alle Spieler müssen schlafen. Ich habe oben voll das schöne Bett, aber ich kann da drin nicht mehr schlafen, weil es voller Lama-Scheiße ist. Ist da immer noch ein Lama? Ne, aber mein ganzer Rasen wurde gefressen. Ja, dann musst du halt wieder hochziehen. Immer nur Lulu in den Augen. Wenn Kreis 1 kann, dann simuliert weinen. Habe ich mir hier oben noch so eine Spritzanlage reinstellen? Mach mal hier so... Mach mal, hier kommt jetzt wieder... Ich brauche hier so einen Blumenkübel. Mach mal einen Kübel. Geh doch mal im Gartenschrank, vielleicht ist da noch ein Kübel. Ja, aber die kleinen, die haben wir nicht mehr. Ne, nur so große Kübel. Nur Big-Kübel. Aber kein Little-Kübel. Oh Mann, jetzt kann ich hier die Pflanzen nicht mehr richtig wässern. Boah, haben wir viel Honig, ne? Ja, ich habe schon einiges. Dick Honey. Schon einiges gesammelt. Kann ich eigentlich auch... Ne, hier kann ich kein Wasser draus schlabbern, aber hier. Blub, 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 blub. Oh, ich glaube, ich bin... Jetzt der Battery. Oh, die ist ja noch frisch. Die ist ja alle noch frisch, ja. Frisch, du. Alter, das ist jetzt mittlerweile hier wirklich... Das nenne ich mal einen zoologischen Garten. Das ist schon richtig gut. Also da kann jetzt keiner mehr sagen, oh, Kies und Kreis, äh... Nö? Nö? Ja, hier, ich habe... Du bist. Du bist. Was? Die Argumente gehen mir aus. Du bist. So, ich will Ding bauen. Ähm... Ich brauche ein Kübel. Und dafür brauche ich Seil und Planken. Und schon habe ich zwei in der Tasche. Ach, jetzt habe ich das da reingetan. Ich vertausche immer die... Ich vertausche immer Lager mit Tasche. Weißt du? Verdämms. Du kannst mir hier hinten unseren Boden erweitern. Ja, wollte ich gerade. Ich wollte gerade hinten raus noch eine Reihe bauen. Oder zwei, drei, fünf. Aber ich musste eben hier... Oh, siehst du, guck. Wo ist er? Was ist da los? Oh Gott, ey. Jetzt wohne ich hier auf so einem Militärschiff. Militärschiff! Erschossen. So. Game over. Lesbische Möwe. Lesbische Seemöwe. Hier ist voll die Sache drin. Plupp. Flaps. Lesbische Seemöwe-Lied kennen die meisten wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Die lesbische Seemöwe. Ey, ich habe hier ein Problem. Der Kühlschrank ist langsam voll. Wo soll ich den Rest von dem Essen hin tun? Ja, einen neuen bauen halt. Oh Gott. Sei doch mal ein bisschen kreativ. Wo ist denn der Kühlschrank? Wir haben ja noch eine andere Ecke. Da kannst du auch eins reinstellen. Obwohl ich eigentlich hier... Ich wollte hier so ein... Eigentlich brauchen wir auch noch eine Suppenküche und so. Das muss eigentlich erweitert werden. Die Küche ist viel zu klein. Ja, aber ich dachte, dass wir vielleicht, wie gesagt, dass wir erstmal die Küche hier dann ganz abreißen. Die Mittelwand hier durchbrechen. Um dann halt einfach ein größeres Lager zu haben erstmal. Ne, dann kann das hier... Das Lagerhaus, das steht auch gut direkt hier, wenn man geerntet hat. Oder es muss sowas wie... Keine Ahnung, so eine Art Gefängnisturm geben. Weißt du? Um die Lamas zu beobachten. Du meinst den... Den Forschungsturm. Den Entwicklungsbeobachtungsturm. Genau, ja. Warum guckt mich eigentlich Pinky so verstört an? Ich weiß nicht mehr... Reis hat mit mir Dinge gemacht. Oben in seinem Lustzelt. In seinem Lustzelt? In seinem Lustzelt? Was? Weißt du, was hast du mit dem kleinen Pinky gemacht? Ey, ich muss irgendwo Sachen ablegen. Was wollte ich? Ich bin total verwirrt. Das Spiel hat so viel Zeug. Man ist verwirrt irgendwann. So. Hier. Ich will ein wenig Blumensamen. Damit meine Bienchen da hinten versorgt sind. Möget ihr wachsen, kleine Bienchen. Oh, der kommt sogar dahin. Alter. Jerk, 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 hat er gemacht. Jerk, 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 jerk. Okay, warte, dann fange ich erstmal hier ungefähr an. Bisschen angejerkt. Machen wir eher so eine Richtung, so einen Wall, wie bei einer Burg? Also hier brauchen wir auf jeden Fall auch noch rein, ne? Ja, hier auf der Seite, weil das ist ja super knapp hier. Und vergiss nicht, wir müssen ja auch irgendwie verstärken nach und nach. Ja, aber ich muss jetzt erstmal mein Inventar gerade ein bisschen leer kriegen. Jerk, 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 jerk. Da hinten ist eine riesen Insel. Willst du da hin und dir was, ein Tier ausleihen oder so? Ein Tier ausleihen. Schenten gehen. Das können wir machen. Das ist auch so ein komischer Vogel. Das ist so ein komischer Vogel? Ja, die knall ich vom Himmel. Ich hab jetzt eine Klampe. Das werde ich auf jeden Fall machen. Oh Mann. Was ist denn mit dir? Warum tust du es den Leuten eigentlich an? Jerk, 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 jerk. So viel zerstörte Kindheit in nur einem Video. Was bauen wir nochmal für Bienen? I want to make some bees. You need flowers and protection. Soll ich mal ein TNT bauen? Nee, ich will kein TNT. Spreng bitte nicht unser Raft in die Luft. Das wäre super cool. Soll ich unser Raft sprengen? Ja, ich hoffe nicht. Also du willst haben, dass ich das Raft irgendwie cool-stylish sprenge? Habe ich das richtig verstanden? Nein. Absolut nicht. Habe ich das richtig interpretiert, Herr Greis? Boah, diese riesen XXL-Dinger sind echt anstrengend. Kannst du einen Mutterspruch machen, wenn du willst. Nee, nee. Ich hatte ihn gerade hier liegen, aber der Typ, der hier für den Jugendschutz sorgt, hat ganz schnell mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt, nee, 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 nee. Hab ich verstanden. Nee, nee, lass mal. Stehst du auf Werbung? Nee. Du verdienst gerade echt Geld. Wirklich. Das erste Mal in deinem Leben. Also lass es bitte einfach sein. Wie fühlt es sich eigentlich an, Geld zu verdienen? Ich weiß es ja nicht. Achso. Ich weiß es auch nicht. Aber du hast doch gesagt, du machst es gerade zum ersten Mal. Bitte, Greis. Klär uns auf. Ja, aber... Das ist... Man... What? Alter, wie er direkt kommt und sagt, ich nasche... Direkt naschen oder was? Der direkt naschen wollen. So ein Typ, ey. Ey, geht mir jetzt hier der Kunststoff aus? Das kann doch nicht sein. Warum kann ich denn hier das Feld nicht so schön nah machen wie da drüben? Ja, genau so. Genau so. Dann will ich hier den Spritzdudler. Den Alpenspritz. Den Alpenspritzer. So, jetzt hab ich das erstmal gemacht. Jetzt hol ich mir noch was. Nägel und Eisenbarren brauchen wir ganz viele. Und da muss ich wieder so... Ja, Kreis, ich geh jetzt offline. Du machst dann noch hier den Rest fertig. Na, ja, ja, okay. Ja, klar. Ich schmelze in die nächsten fünf Stunden wieder Eisenbarren. Sag mal, kommen wir irgendwann zur Insel oder... Was, wir sind längst dran vorbei. Die ist hinter uns, da. Nein, die ist nicht vor uns. Ich dachte, wir wollen den großen Vogel runterballern. Ja, mach mal das Segel in die Richtung. Funktionieren eigentlich noch die Motoren oder sind wir so schwer, dass da keine Chance mehr ist? Wahrscheinlich müssen wir irgendwann mal noch zwei, drei Reihen dazu machen. Moment, ich mach mal ein bisschen was... Ich mach die mal an. Ja, Motoren müssen wir dann nach vorne wegbauen. Den Rotz mach ich auch mal da rein kurz. Ich glaub, die kriegen's hin. Ich glaub, die kriegen's echt hin. Wo ist denn unser Eisen? Da. Kannst du ein neues Eisen gleich holen. Da unten ist ja wieder so eine coole Unterwasserwelt. Ja, genau. Ich hol Eis. Da holst du ein bisschen Eisen. Welt wieder in Ordnung. Schwupps. Schwupps. Guck mal, ich dreh uns einmal hier so und dann können wir da schön vorne an der Küste von Madagascar anlegen. Von Madagascar. Und dann komm ich auf die Insel, überall tote, aufgespießte Tiere irgendwie. Quatsch. Ich will nur ihre Köpfe für meine unschuldige Sammlung. Du sag mal, die Nägel gehen uns aus, aber dann musst du, Nägel kannst du mit Barren machen. Nee, Schrott. Achso, okay. Das ist easy. Dann haben wir noch ein bisschen. Und hier sind so viele Netze voll mit Fässern, die kannst du ja auch alle zercrunchen. Ja, aber ich wollte erst die Regale wieder ein bisschen leerer kriegen. Wegen Black Friday jetzt bald und so. Im Fass, in deiner kleinen Lama-Liebes-Ecke, da gibt's Ding. Ganz viele Plaster-Mads und Bretter. So, kommen wir hier schön alles wieder aus. Da wären wir. Da sind wir da. Da sind wir da. Ja, ich verstärke noch gerade den Boden. Haben wir nicht so einen Bienenköcher irgendwo noch rumstehen? Irgendwo müsste einer in irgendeiner Kiste sein. Oh, hier muss auch noch ein bisschen Bodenmasse hin. Ja, ich hab's jetzt erstmal so weit gemacht. Und wir müssen es weiß machen, weil wir uns auf Sperma geeignet. Geeignet? Geeinigt. Sperma-Eignung. Da eignet sich doch jemand wieder was an. Da hat sich doch jemand wieder einen Mund voll Sperma angeeignet. Hier ist so eine... Ist sie verstärkt? Nee, hier ist eine unverstärkte Latte. Oh, warte. Ich muss eben hier... Ich mach kurz einen Lachse auf den Grill. Echt? Da ist noch eine unverstärkt. Oh, hier drüben. Und hier ist noch eine. Ja, manchmal... Schießt man dran vorbei, ne? Das ist... Also einmal hier. Ah jo, guck. Und einmal hier. So, guck mal. Hier kommen schon Bienen. Aber die Möbeln haben Schiss bekommen, ne? Bisher sind sie ziemlich... Wir haben richtig Panik. Hol mal deinen komischen Bienenköcher. Weiß nicht, wo der ist. Warte mal. Der war hier, glaube ich. Wir bauen hier Sklavenbienen, die wir halt in... Da ist der Bienenköcher. Haben wir noch 15. Alter, 15 Sklaven... Ich glaube, wir haben keine mehr, oder? Irgendwo hatten wir auch Sklavenbies. Irgendwo hatten wir auch noch Bienen. Wir müssen unbedingt mal die Netze leeren und einsortieren. Hier sind noch 8 Bienen. Oh. Hä? Hast du jetzt schon rausgenommen? Ne. Hier sind noch 4 Bienen. Achso, warte. Hier. Ich tue sie wieder rein. Da irgendwo ganz rechts, glaube ich. Oder so. Oh, ich muss was trinken. Also haben wir jetzt 12 Bienen. Und hier haben wir noch eine Bienenkischt. Ah, ich muss eben zum Wassercontainer schleichen. Hier ist ja grausam. Ja, aber Wasser wird uns nie wieder ausgehen. Ne. Das gute Mountainwater hier vor allen Dingen nicht. So, warte mal. Hier brauche ich dann noch einen Kübel. Und hier müssen wir uns dann überlegen, was wir anpflanzen wollen. Was der Werte-Kreis haben will. Ich weiß nicht, wir haben hier sehr wenig Mananas, ne? Mananas, ein bisschen Mangugu und ein bisschen Banano, finde ich. Noch ganz nice. Ja, ja. Schauen wir mal. Ich bepflanze mal ganz kurz hier hinten. So, dann mache ich hier eine Reihe Mangugus. Ja gut, wir müssen dann irgendwann auch mal eine Runde ernten, damit wir wieder neue Samen kriegen. Wir werden jetzt da oben aber auch welche finden. Mache ich in der Mitte kleine Erdbeerchen. Madame Erdbeerfuß. Madame Erdbeerfuß hat mir ganz sputzige Dinge ins Ohr geflüstert. Das ist bestimmt hier, hört sich irgendwie nach einer Streamerin an. Madame Erdbeerfuß. Die ohne BH. Wenn sie die einzige mit wäre, dann werden wir uns ja auffallen in der Szene. Die Streamerin mit BH. Madame Erdbeerfuß. Nein, das ist natürlich jetzt schon wieder total chauvinistisch und asozial. Ihr Schweine, ich werde das melden. Ihr werdet euren Twitch-Kanal verlieren. Na, ich habe ja einen. Ja, ich habe auch einen, aber den habe ich erst zweimal benutzt. Einmal für japanisches Pferderennen. Das wäre jetzt heutzutage illegal, sage ich dir. Ich gehe einen Vogel erschießen, denn ich bin der Spasti vom Dach. Wird es hell oder dunkel? Oh, da ist ein Wildschwein. Ich gehe einen Wildschwein erschießen. Echte Wildschwein, falls. Alter, oh mein Gott, wie brutal. Vogel, aua. Ernte das Schwein. Er so, wir kommen und zerstören. Es wird Zeit, dass wir alles zerstören. Stirb, Vogel. Ja. Du dumme Sau. Wir haben automatische Waffen. Wir haben uns weiterentwickelt. Alter, okay. Wow. Wow. Wieso denn? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hier. Jetzt haben wir den kreischenden Kopf. Cool. Zack. Der Vogelmann. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Jemand kann mich bezwingen. Ernten wir die Insel leer. Nimm alle Blumensamen mit. Tiere dieser Welt. Guck mal, wir ernten alles leer. Nimm alle Samen mit. Nimm alle Samen mit. Mach sie fettig. Aber ich gehe kurz pennen. Lass pennen gehen. Es ist immer so unschön dunkel. Wo ist denn das? Oh nein, ich habe mein Trinkwasser weggeschüttet. Ja, Karma. Egal, ich habe da hinten durch die Ausbeutung der Meere noch mehr Trinkwasser. Das ist ein schwimmendes First-Class-Boot. Ein Rim-Boat. So, ich liege im guten alten Bett. Im katholischen Schiff. Zeig dir, Lama sind gar nicht so zahm. Im katholischen Schiff. Füllt dir ein Dodo den Darm. Spiel mit uns heiße Spiele mit echten Gefühlen. Hey, den kenne ich doch. Das ist doch Pater Jones. Oh, das ist eine schöne Plantage. Guck dir das mal an. Ach, gefällt mir gut. Nice, ne? Wie gesagt, wir brauchen nur noch einen Forschungsbeobachtungsturm. Ja, den brauchen wir unbedingt. Der Forschungsbeobachtungsturm. Wo wir das Verhalten junger Spritzlamas erforschen können. Und so wie Dodos Eier legen und so. Das ist wichtig. Wo kommen die überhaupt raus? Das fragen wir uns doch irgendwie alle, oder? Ich hätte ja noch ein Bienenhaus in der Tasche. Soll ich das mal hier hinstellen? Gib mir das. Hier drüben muss es hin. Hier, warte, ich schmeiß es dir. Ja. Da kommen die Bies. Not die Bies. And that's all for honey. And that's all for honey. And that's all for Sprit. To burn it. And then destroy. Destroy. The environment. Nice. The whole universe. Ich hab hier Wings. Salty Wings. Schön auf dem Grill. Alles drauf. Robi grillt das. Aber der ist hier voll, ne? Der Laden. Der ist... Hier sind auch noch nicht gegrillte Wings. Haben wir irgendwo noch Seile? Die wollen die schon wieder hin. Äh, Palmblätter hatten wir irgendwo. Da sind auch noch voll viele Samen drin. Hier ist ein, äh, Tierverwöhnungsköcher, ne? Bienenköcher oder was? Schweinekopf. Der Schweinemann. Alter. Schweinemann ist bewaffnet. Alter, der bewaffnete Schweinemann. Der bewaffnete Schweinemann will Blut sehen. Alter. Ich spiele hier nämlich Mindfortcraft. Fortcraft. So, ähm, ich brauch Seile. Genau. Ich bin immer total... Man ist total verwirrt. Ich renne nur vorsichtshalber mit dem Casher hinterher, falls... Ja, wir müssen Bienen suchen. Das steht außer Frage. Ja, gut. Äh, Bienen suchen, das ist immer schön und gut. Aber die müssen halt da sein, ne? So, ein 20er-Pack hier. Die müssen halt auch irgendwie da sein. Die müssen halt auch irgendwo da sein, wo sie hin sollen. Aber meistens sind sie es eben nicht. Diese Unflätigen. Die Unflätigen. Flatless, hoppla. Was ist das denn hier? Ich hab ein Gesicht gefunden im... Im Netz. Ich hab im Netz ein Gesicht gefunden. Alter, keine Haare. Ich wurde gebaskert. Ja. Jetzt hast du keinen Cut mehr. Ich bleib lieber Schwein. Ich bleib lieber Schwein. Ja, das bist du. Das bist du. Das bist du. Frauenunterdrücker. Frechheit. Kann man nur so ein Mensch mit so einem Gesicht sein. Kann sich dann auch noch öffentlich zeigen und sagen, Ja, das bin ich. So bin ich. Welt. Nimm mich an. So, wir haben noch ein kleines Mini-Beet. Beat. Da kommen die Rattles rein. Kannst du hierhin spritzen? Ne, das ist zu weit. In der Realität leben ist total blöd. Ah, guck mal hier. Was machen eigentlich die Möwen? Die sind für immer verstört, ne? Ich glaube schon. Ich denke, es hat sich rumgesprochen. Ey, Leute, der ist wahnsinnig. Der hat wegen zwei so Melonen-Samen. Die haben tausend Melonen, aber geben nicht eine ab. Hat einfach Freddy abgeknallt. Und dann auch noch auf was für eine Art und Weise so. Das geht überhaupt nicht. Wir müssen unser Futter bald woanders suchen. Ey, es ist ein Überlebenskampf. Ja. Ja, voll, weil wir ja nur 4000 Mangos haben und 5000 Bananen. Ja, aber man weiß ja nie. 3000 Ananas. Das ist natürlich echt schwierig. Das ist ein Überlebenskampf. Jeder, der was anderes sagt, ist ein Leugner. Der überlebt halt nicht. Der ist ein Überlebensleugner. Oder leugnest du das Überleben, ja? So, ich mach mal kurz eine kleine Honig-Sammeltour. Ist immer gut. Ja, wie gesagt, du musst jetzt den Köcher nehmen und dann halt auf die Insel gehen und gucken, ob es dort Bienen gibt. Ja, nee, ich wollte hier halt... Auf die Insel gehe ich gleich später dann nochmal kurz. Aber wir haben so viel Honi. Deswegen wollte ich das mal mitnehmen. Weil ja hier schon ordentlich was rausquillt aus den Schlitzen überall. Aber ich will auf jeden Fall jetzt hier noch viel Coco. Ich glaube, ich habe mir noch so ein Coco-Erdbeer-Feld. Ach, Coco, ja. Ach, Quatsch, ey. Ich sammle wieder ein, weil ich doof bin manchmal im Kopf. Ich bin halt auch schon echt total verwirrt. Haben wir wenig Essen im Kühlschrank? Äh, wir haben super viel Essen im Kühlschrank. Super viel Essen. Deswegen brauchen wir endlich eine Küche. Ja. Kann man Pilze eigentlich irgendwie anpflanzen? Nee, ich glaube nicht, oder? Also, sie müssten vielleicht im Kühlschrank sein. Musst du mal gucken. Weil das wäre halt noch so der letzte kleine... Ja, ne, so eine Schwammer-Pilz-Farm. So eine Pilz-Farm würde mich noch richtig törnen. Wäre geil, ne? So viel mit Beleuchtung irgendwie und... Ja, ist für Hammer. Die große Pilz-Farm. Bodenbeleuchtung. So was fehlt noch. Beleuchtungselemente. Also, ich nehme jetzt mal alles mit, wo ich weiß... Ne, wir brauchen auf jeden Fall noch einen neuen Kühlschrank gleich oder so. Oder halt... Eine Nahrungsmittel-Box. Wir sollten das echt vergrößern dann beim nächsten Mal irgendwie. So ein bisschen Ramschkiste hier gerade, ne? Blümchen, Sprit und so. Danach mache ich mein Erdbeer-Feld. Was wird jetzt hier noch? Hier kann ich noch... Samen... Mein Melon-Dungeon. Du hast schon wieder alles durcheinander gemacht. Warum sind in dem Samen-Ding... Kartoffeln? Ja, weil man die auch anpflanzen kann. Und warum ist da Wiese? Die kann man auch anpflanzen. Wiese? Ja, Kartoffeln kann man offiziell anpflanzen. Geht das? Ja. Okay. Aber die Wiese gehört da nicht rein. Ach, wir haben hier gar keine Battery. Sehe ich gerade. Haben wir noch eine Battery auf dem Solar-Pinnel. Okay, du bist noch voll. Gut. Irgendwo hatte ich ja noch eine hier im Solar-Chip-Lager. Oh, die Folge ist schon wieder durch. Oh, okay. Aber ich sag dir, dann kommt ja Wachturm. Vom Turm aus gibt es eine Zip-Line und so. Das wird jetzt richtig Fahrt annehmen. Larry und Lusto, die laufen hier eh rum. Gucken wir, ob die Dodos ein Ei gelegt haben. Ja, ist das hier bespritzt. Das ist auf jeden Fall die größte Plantage der Welt. Ja, die sieht man. Die liegen hier einfach so rum. Können wir nicht irgendwie so eine... Es müsste so ein Eiersammler geben. Hier, hier liegt ein Ei. Guck. So eine Schiene. Ah ja. Weißt du, so eine Schiene, wo es drauf rollt und dann... Und hier noch eins. Und da gibt es super viele Eier. Hier ist auch eins. Klingt irgendwie nach Massentierhaltung. Wir sollten echt jetzt hier die Folge beenden. Ich will irgendwann hier 20 Dodos drin haben. Oder mehr. Da passen locker 60 rein. Sollen sich nicht so einstellen. 60 Dodos. Ey, das wird so abstürzt wieder dieses Raffing. Warte mal. Was haben wir denn hier? Eins, zwei, drei... Moment, ich zähle mal kurz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. 22 Dodos passen da rein. Wieso? Zwei pro Wiese oder was? Eins pro Wiese. Und wir haben ja zwei Wiesen jeweils rein. Also elf mal zwei. Oh Gott, ey. 22 Dodos müssen da rein. Können. Eventuell dürften die dort reinpassen. Rein technisch gesehen. Aber wir machen das natürlich nicht. Die müssen da rein. Das verlangt nämlich hier die Agrarministerin. Ja, weniger Zucker. Die sagt, mach da mal mehr Dodo rein. Weniger Zucker, mehr Dodo. Gut, bitte in die Limo. Unter sieben Prozent. Dodo ist gar kein Dodo. Ja, und die haben wir noch nicht, die sieben Prozent. Da muss mehr Dodo rein ins Nugget. Ja, okay, stimmt. Gut. Lass eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Und lob reißet die Dodos. Auf Wiedersehen und tschö. Wiedersehen.